Musik Gestalten Sie tolle Textilien mit dem Marabou Fashion Sortiment. Musik Zur Vorbereitung die Arbeitsfläche großzügig mit Folie abdecken. Die zu besprühenden Textilien vor dem Gestalten waschen, um Apertur und Weichspüler zu entfernen. Einzelne Partien des T-Shirts mit Garn oder Ähnlichem an verschiedenen Stellen umwickeln. Um den oberen Teil des Shirts mit Farbe auszusparen, das T-Shirt mit Klebeband auf der Unterlage straff fixieren. Oberhalb mit Pappe abdecken und festkleben. Jetzt kann gesprüht werden. Das Marabou Fashion Spray kurz schütteln und 2-3 Mal auf neutralem Untergrund ansprühen. Es kann mit einem oder mehreren Farbtönen gearbeitet werden. Entweder nass in nass oder nach kurzer Trocknung. Je nach gewünschtem Effekt. Je kürzer der Sprühabstand zum Textil ist, desto satter der Farbauftrag. Nach dem ersten Sprühvorgang ein Garn lösen und die Zwischenflächen besprühen. Danach das zweite Garn lösen und den Vorgang wiederholen. Das Klebeband lösen und je nach Wunsch noch einmal mit Farbe sprühen. Pappe und Klebeband entfernen. Fertig! Das T-Shirt vor der Fixierung ca. 2 Stunden trocknen lassen. Um tolle Highlights auf dem T-Shirt zu setzen, einfach mit dem Marabou Fashion Liner Punkte, Linien, Schriftzüge oder dezente Verzierungen aufmalen. Trocknungszeit ca. 6 Stunden. Für die Waschbeständigkeit bis 40 Grad wird das T-Shirt per Bügeleisen fixiert. Durch ein dünnes Tuch für 3 Minuten auf einer Fläche von 30 x 30 cm bei Baumwolltemperatur ohne Dampf bügeln. Alternativ kann die Fixierung im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad für 8 Minuten erfolgen. Fertig! Mit dem Marabou Fashion Spray kann jeder schnell und einfach seinen Lieblingsstyle auf T-Shirts, Taschen, Kissen und vielen weiteren Textilien aufbringen. Viel Spaß beim Ausprobieren!